ähm, könntet ihr eure Truppen, die im Norden sind, jetzt weiter? Wir halten zu zweit an die ganze Stelle, ja, hier ist noch ein bisschen was an Truppen, oh ja, hier kann ja noch einiges sein. So, meine Truppen sind dann im Norden. Dann geht ihr mal, dann geht ihr zweimal zusammen, ich ähm, sammle erstmal noch meine beiden Truppen zusammen und dann kann's losgehen. Ähm, oh, Eisenschnäbel und wandelnde Festungen. Drei Stück? Ernsthaft? Nein, es sind bisher sechs Stück. Ja, okay, gut, alles klar. Vollkommen normal, ja. Wohin? Ja. Ich möchte, dass sie nur noch zu Ende bringen. Hm, ich auch, ich auch, Aste. Ähm, Aste, machst du noch Runden? Ja. Ich muss grad mal einer wieder auffüllen, ne? Ne, eigentlich nicht. Ne, dann mach mal weiter, weil, dann hab ich keine Entlastung. Ja. Eigentlich, es ist eigentlich unglaublich, dass wir jetzt hier dauerhaft die Kampfmusik drin haben. Das ist ja so. Oh Mann. Was wollt ihr? Schon dabei? Hast du noch eine Segnung? Ja, schon gut. Ich, 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 gerade nicht. Nein. Ich warte schon, ich warte aktuell auf eine Segnung. Also bete besser dafür, dass ich eine bekomme, ansonsten du nehmst gleich tot. Ich glaube ich. Ich glaube, ich versuche mal die vordersten Zwerge einzufrieren. Ja, am besten mit Wellen. Ja. Ne, es geht natürlich nach hinten. Entschuldigung. Nein. Wir werden angegriffen. Gefällt mir nicht. Durchhalten. Hab ich grad schon gemacht. Jetzt. Komm. Boah. Alter. Fuck. Okay. Na, dann mach mal wieder deine, dein Weiß schon, ne? Ähm. Eisenschnäbel und wandelnde Festungen. Ah, ich verstehe die Strategie. Ja. Neu. Und man ist mit ihm. Norden blockiert. Vorwärtsvorwärts. So. Aus Hauptbataillonen und Preservebataillonen. Aus Hauptbataillonen. Großes Hauptbataillonen. um man hat man sich möchte dass sie irgendwie noch zu haben ich möchte es jetzt noch mehr er zu Ende na er erinnert mich nur krass ich mag es irgendwie nicht so mitten noch so spät irgendwie was zu spielen man gefühlt sich dran ja naja ich mag es irgendwie nicht 4 Uhr Gilde zu zocken macht mal auf den Fun wenn man um 4 Uhr aufsteht, na gut nein, um 5 Uhr geht es ins Bett äh, man tut nicht um 4 Uhr aufstehen, man geht um 5 Uhr ins Bett Aste, könntest du deinen Regen kurze Zeit mal einstellen? äh mach Wellen, bitte bitte, bitte mach Wellen ja in der Hoffnung, dass es die vorderen trifft es trifft natürlich nicht die vorderen dann geh ein paar Meter weg und mach dann noch, probier es nochmal es gibt Beute es gibt Beute okay, das woggt wirklich mal ein bisschen entlastung oh 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 ich bin tot du musst dich extrem sputen da wieder hochzukommen ich muss erstmal wiederbelebt werden ich bin gerade eben erst gestorben ich möchte hier nie noch länger weitersitzen irgendwann ist auch bei mir die Grenze erreicht wieder ein bisschen Zauberei ein bisschen Gegenstände aus der Kiste und wir können vor Ort der Oberarzt das war Fehler noch gar nicht Spaß ist das was haltet ihr von dem Plan einfach durchs Portal der Rückkehr jetzt zu gehen ich kann nicht durch Portal der Rückkehr gehen unsere Lager sind tot bevor wir durch ich würde sagen wir können eigentlich jetzt angreifen wo sind die Gegner? oh mann theoretisch sollte kein Nachschub mehr kommen ja das sind so viele ich hab hier Blut wir machen hier eine kleine Blockade und dann geht es schon wo sollte kein Nachschub mehr kommen? im Norden läuft wo sind die Gegner? läuft 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 vorwärts vorwärts wie viele Zwerge sind da hinten? also ich werde wahrscheinlich die mal rechtzeitig oben ankommen wenn die Gäste der Horst oder? ja gehst du durch das Portal der Rückkehr und löstens damit von diesem Fluch ab wie? wo ist das Portal der Rückkehr eigentlich? es müsste eigentlich irgendwo im brennenden Fels sein aber er war doch überall im brennenden Fels das ist aber ich habe ich war nicht überall ich sehe gerade eine Stelle da könnte es sein eigentlich Rundiger wo bist du eigentlich? ich bin hier an der Nordfront und die brechen jetzt gerade durch die Nordfront durch ja das bedeutet so ziemlich wollen wir jetzt Rundiger hast du schick mal deine Truppen zurück wir brauchen die jetzt ich habe hier gerade noch ein Zwergenlager entdeckt ich verdrück mich hier in diese Seite rein können stelle ich mal lieber am Ende breit auf oh man können wir das nicht einfach jetzt ich will mich hier breit aufstellen können wir das nicht einfach jetzt alles Rundiger kannst du nicht immer durchs Portal der Rückkehr gehen und dann hat sich die Sache aber dann haben wir ja nicht gewonnen ich habe langsam keine Lust mehr das wird mir dann echt zu spät auch man die Dinge mit denen muss man rechnen längste Aufnahme von mir in Eckart war drei Stunden 40 Minuten 9 k 4 1 2 1 wenn das hier der erste Weltkrieg ist warum führen wir ihn denn nicht so zu Ende wie er ausgegangen ist Deutschland hat verloren ja aktuell siehts aber eher so aus als würde Deutschland gewinnen weil wir hier zumindest würd würd ich uns hier in diesem Falle mal nicht das Deutschland bezeichnen Rossi deine Truppe mal noch weiter zurück ich will hier durch ja alles vor Ort gesagt wird es breit aufstellen das habe ich versucht ja aber nicht dass sie alles blockiert so muss man vorwärts ich habe es gibt abgesehen davon dass ich keine Lust haben ab oder naja ist das nicht irgendwie offensichtlich dass wir jetzt verlieren ich meine schaut euch doch mal an was gerade unser Lager rennt von Norden das doch offensichtlich dass wir das jetzt nicht mehr ja also du musst nur zurückkommen dann ist alles ja jeder macht halt noch so viele Truppen wie er kann und ja oh man bitte bitte Gott lass es enden es wird es wird das ist eine der wenigen Male das ich mir wünschen ist mal ein Spellverspiel zu Ende geht man ja Aste jetzt kommen wir ganz schnell zurück so schnell es geht und ging und ging für gegen was um euch zu helfen oder um die eigentlich nicht mehr aufzuhalten Apokalypsus und unseren Lager zu holen natürlich egal Hauptsache du kommst in dein Lager zu Boah es fällt Boah diese ganzen scheiß Elementare Schutte